heute hier sehen könnt einmal den racer simulator allerdings diesmal heute alleine und nicht mit meinem kollegen ja ich möchte nämlich diesen 175 winds things haben genau ja das spiel startet auch gleich muss ich gleich wieder klicken ich mache schon mal mit mich bereit so kann sich ja auch im autoklicker sich kaufen allerdings habe ich auch eine app wo ich das machen kann allerdings drücke ich jetzt ausnahmsweise mal ohne den autoklicker okay so jetzt sind wir gleich bei 3000 jetzt das gefühl wie bin ich jetzt voll schnell okay 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 wir haben gleich ja wir sind jetzt gleich bei der 10 schon zwölf ins warum habe ich denn jetzt auf einmal 56 kann das sein dass das spiel ist ich habe keine ahnung warum ich jetzt auf einmal so schnell bin aber okay ich habe jetzt schon 72 lagen jetzt 88 nice 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 okay 100.000 wins die will ich mir nicht und können natürlich auch muss irgendeine welt erreichen ein krieg dieses komische cupcake und wie teuer war das jetzt noch mal 175 oder so weil sie gerade gar nicht mal drei winz den gleich bei 500 weiß gar nicht schaffe ich das noch sehen wir gleich ich denke mal nicht ja okay doch schaffen wir noch ja die haben wir noch geschafft aber ich glaube die 1k schaffen wir nicht mehr doch gar nicht so weit schlimm ja könnte knapp werden könnte sein dass wir das sogar auch noch schaffen und gibt gummi gibt gummi gibt gummi gibt gummi gas mit gas mit gas schaffen das schaffen das schaffen komm 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 drei sekunden drei sekunden ja ich habe es doch geschafft junge ok jetzt holen wir uns den 175 wühlen und was kriegen wir kennen die ok natürlich 2400 ja warum warum nicht denn also gut klicken 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 sie ich habe meine maus hier in dieser wand jaja scheiße ich habe auch kürze klicken na verdammt ok ok jetzt kommt es gut jetzt cool ist cool und go 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 wie haben 4017 jetzt gleich jetzt haben wir die erreicht Mal gucken, ob wir jetzt die 5000 knappen. Würde mich sehr freuen, wenn wir die knappen würden. Ich brauche definitiv gleich noch ein 175-Pad. Okay, 49 haben wir jetzt schon. Komm, ich brauche die 175. Vielleicht spiele ich das in der nächsten Woche wieder mit Nord zusammen. Scann mal liken, ab und Kommentar da, falls ich das mit ihm wieder spielen soll. Ja, wir haben die 81 Flammen geknackt. Nice. Komm, wir müssen jetzt zu den 5000 kommen. Schaffen wir das? Das haben wir es nicht. Das seht ihr in diesem Video. So, wir sind gleich bei 500. Wir haben die 100 jetzt erreicht. Zack, 100. Ja, 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 ja. Komm, 500. Komm, 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 komm. Ich glaube, diesmal schaffen wir tatsächlich die 5000. Vielleicht schaffen wir es auch, auf die 10.000 zu kommen. Boom. Komm. Noch 47 Sekunden. Das schaffen wir. Schaffen wir das? Komm, wir schaffen das. Wenn ihr jetzt ein Like da lasst, dann schaffen wir das. So, komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Also 1000 haben wir jetzt schon geschafft. Es wird sehr knapp, die 5000 zu schaffen. Es wird sehr knapp. 30 Sekunden. Ja. Wir sind gleich auf die 5K. Also auf die Buchstaben. Und Zahlen. So, jetzt sind wir auf die 5K. Wir haben jetzt die Hälfte geschafft. 20 Sekunden noch. Ja, komm, wir schaffen das. Wir schaffen das easy. Wir sind jetzt bei den 5000 gleich. 173 und wir können uns gleich wieder einen neuen Pet holen. Bam. Und wir sind auf 10.000. Junge. Was für ein Rennen. Wir haben sogar fast einfach mal kurz fast die 10.000 geschafft. Bam. Junge, Junge, Junge. Wir holen uns das hier. Komm, komm, komm. Was ist es? Was? Ist es epic gewesen? Oh. Click on a pet. Du auto-delete. Jetzt auf. Jo. Wir haben einfach das 1,19-mozentige Chance. Ding. Blö. Mann, ich bin so blöd. Okay, es hat 2025. Ja, komm. Ich will den Pet. Ich muss hier kurz klicken. Dann möchte ich den hier in den Pet-Dings rein. Dann müssen wir jetzt gleich auf 5.000 sein. Oder so. Ich denke, 5.000. 6.000. So. Un-equip. Äh, equip. So. 5.900. So. Tag. Warte mal. Jetzt. Ja. Wir haben schon wieder 62.000 den Flang. Ja. Okay. Ist alles richtig soweit. Perfekt. Ja, wir sind jetzt bei den 50. Äh. Space World. Ich weiß leider nicht, was das zu bedeuten hat. Claim, claim. Ah. Was? Höh. Ah. Leute. Hä? Als. Hä? Warum habe ich denn jetzt auf einmal 29.000? Hä? Muss ich das checken? Höh. Gut, dann können wir uns ja hier auch ein Auto holen, muss ich ganz ehrlich sagen. Plus 65% Wins, plus 40% Wins, Daily Color Boost. Soll ich mir das holen? Weiß es nicht. Freespin. Okay, komm. Wir spinn, während wir rennen. Weil wir es können. Wir sind jetzt auch schon bei 10.000, glaube ich. Boah. Jetzt mal zwei Wins. Ja, aber ist auch geil. Perfekt. Hallo. Danke. Wir sind ja jetzt schon bei den 25.000. Was? Junge. Schaffen wir die 25.000 noch? Nee, ich glaube nicht. Aber warum haben wir 29.000 gegen Flaggen einfach? Wow. So. Wir haben einfach ganze 29.000 Flaggen. Junge. Junge. Was? Komm, wir kaufen uns jetzt mehr. Sollen wir uns... Meertalk den hier holen, weil wir kriegen plus 65% Wins, plus 40% Wins und Daily Color Boost. Also ein Daily Color Boost. Das ist ein Scooter. Wäre schon sinnvoll. Wäre schon sinnvoll. Ich hole mir das jetzt. Komm. Was? Waren wir die Kohle hier raus? Was kann man sich hier denn für ein Pet holen? 200.000, 50.000, 50.000, 70.500. Wir holen uns hier einmal so ein Ei. Jo. Okay. Wie viel hat er? Boah. Ja. Okay. An Equip und 10.000. Equip. So. Jo. Wir... Junge, was für... Junge, wie? So. Komm, wir grauen jetzt hier einfach alles mal kurz ab, was wir hier upgraden können. An Equip und An Equip. So. Equip. So. Können uns noch einen holen. Dann holen wir uns noch einen. Jo. Nur wer. Ne? Natürlich. So. Pets. Jetzt 3.900. Ist jetzt nicht so viel, aber jetzt sind wir schon einfach bei 23.000. Wir können ja mal losrennen. Mal gucken, wie schnell wir jetzt sind. Wir werden ja so schnell... Also wir sind ja jetzt... Guck mal. Guck mal. Wir sind noch nicht mal ansatzweise angekommen. Oh mein, Scooter hätte ich dann nehmen können. Na, egal. Däuweil. So, jetzt fahre ich damit. So. Ich bin immer noch nicht bei 23.000 angekommen, aber guckt euch das mal an, wie schnell ich hier durchrase. What? Ich rase ja komplett durch mit meinem Scooter. Jetzt bin ich bei 10.000. Und ich habe jetzt erst angefangen. Was? Also... Wenn ich das Spiel dann wieder mit North spiele, der wird sich dann umgucken müssen, ne? Jo. Jo. Wir sind bei 100.000. Wahrscheinlich schaffen wir die auch noch. Aber eigentlich müsste ich ja jetzt gleich in eine andere Welt kommen, ne? Also hier steht irgendwie... Erreiche das und das. Ja komm, wir schaffen die 100.000 easy. Was? Und zack, Ende. Und hier auch einmal komplett durchrasen. Junge. Was für ein... Dings. Sollen wir uns... Den hier holen für... Ah, ne, können wir gar nicht. Aber wir können uns einen für 7.500. Ja, wir haben wieder den Mad. Das heißt, nochmal extra schnell jetzt. So, unequip und... So. Komm, wir holen uns den nochmal. Kriegen wir den... Spirit. Ja, das ist jetzt voll der Drecksteil-Ding, ne? Oh. Doch nicht. Unequip. Und... Equip. Ja, wir sind bei 33.000. Junge, wazzt. Könnt ihr jetzt mal sagen? Also kann man hier irgendwo auch andere Welten beitreten oder... Wie ist das? Wo ist der Event? Egal. Und... Zack. Let's go! Wo bin ich denn hier? Da. Guck mal, ich werde immer schneller. So. Warum wollen die alle in einem Car sitzen? Ja, dann gleich, wenn ich die 13.000 erreicht habe, bin ich ja easy durch. Bin ich ja so schnell durch. Habe ich hier irgendwie so zwei Plätze schon? Also wir können uns dann... Sollen wir 100.000 sparen? Weiß nicht. Können wir uns ein Moped holen? Wäre schon geil. Tatsächlich. Real. Man kann jeden Tag einmal drehen. Das ist auch nice, ne? Muss ich ehrlich sagen. Nach dieser Runde ist aber das Video auch erstmal zu Ende. Komm. Bam, bam, bam. Wir rasen hier mit 30.000 so durch. Wir haben ja jetzt gleich schon wieder 20.000. Junge. Ich würde sagen, wir sparen... Also in der nächsten Folge sparen wir auf die 50.000 Flaggen und holen uns dann ein 50.000 Ei. So. Boah. Wir haben jetzt schon wieder die 100.000 erreicht. Was für ein geiles Bandsboost im Highscore. Ja. Junge. Wow. Wow, wow, wow. Wir rasen hier so schnell durch. Das kann man ja gar nicht hingucken. Ja. Easy geschafft, würde ich mal sagen. Mist. Oh, ja. So. Teleport. So, dann kann man sich irgendwo hin teleportieren. Okay. Wir sparen hier definitiv auf die 50.000. Junge, einfach 30.000 habe ich. Okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auch mein Disco-Server vorbei und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das würde mich sehr freuen und zu potten. Habt einen Traum auf dem Tag, heute eine der erste Note. Ciao, ciao.